Das Wort hat der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Herr Mörz de Mier. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen, meine Herren, ich will mich zunächst mal bei den Kollegen und Kolleginnen der Regierungsfraktion für das Ergebnis der intensiven Beratungen, die mein Haus gerne begleitet hat, herzlich bedanken. Jede Fraktion musste sich dabei bewegen, dass wir gemeinsam zum Ziel kommen. Ich habe vor einigen Wochen von hier in der Regierungsbefragung betont, dass Demokratie vor allem dankstärk ist, wenn wir Probleme lösen und die verschiedenen, jeweils sehr berechtigten Interessen so gut wie möglich in den Ausgleich bringen. Genau das tun wir hier. Nehmen Sie die mehrjährige steuerliche Gewinnglättung, eine zentrale Forderung unserer Landwirtinnen und Landwirte, um sich besser gegen Risiken abzusichern. Jetzt kommt sie und sie gilt rückwirkend für 2023. Außerdem haben Landwirte zu Recht beklagt, dass sie in der Wertschöpfungskette häufig den Kürz drin ziehen. Jetzt stärken wir Ihre Stellung im Markt noch weiter. Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass ein Supermarkt den Bauern sagt, ich bekomme deine Erdbeeren nicht verkauft, hol sie wieder ab und Geld kriegst du übrigens auch keines. Mit solchen unlauteren Praktiken machen wir endlich Schluss. Und es ist gut so, wir schließen damit endlich eine offene Flanke beim AK-Organisationen-Lieferketten-Gesetz. Und ich will das hier auch gerne parteiübergreifend sagen. Danke, lieber geschätzter Ausschussvorsitzender Hermann Ferber, dass es an der Stelle zumindest ein Lob gab. Ich muss mir auch mal sagen, es ist ja hier in der Debatte keine Selbstverständlichkeit. Das SAGAR-Paket bekräftigt auch die Initiativen meines Hauses und die Maßnahmen in Sachen Bürokratieabbau und in Sachen Entlastungen. Vielleicht nur einige wenige Beispiele für diejenigen, die sich jetzt nicht immer mit Landwirtschaft beschäftigen. Verlorene Ohrmarken bei Mutterkühen, Schafen, Ziegen werden jetzt nicht mehr drastisch sanktioniert. Da kann man sich schon auch mal fragen, warum man auf diese Regelung nicht auch schon früher gekommen ist. Das will ich mal andeuten. Oder denken Sie an den, ich sage es wirklich so wie es ist, denken Sie an den Irrsinn, dass der Nachweis für den aktiven Betriebsinhaber jedes Jahr erneuert werden musste. Warum eigentlich? Wir hören auf mit diesem Blödsinn. Auch das hätten wir gerne schon früher machen können. Und auch da gerne parteiübergreifend. Ich fand den Hinweis vom Kollegen Ferber mit dem Kontrollaufwand, dass man den Blick nehmen muss, finde ich einen guten Vorschlag, das sollten wir weiter verfolgen. Was die Konditionalität im Rahmen der GAP angeht, gibt es umfangreiche Entlastungen und Vereinfachungen für die Betriebe. Kontrollen und Sanktionen bei Betrieben bis zu 10 Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Was passiert mit denen? Sie werden vollständig abgeschafft. Das bedeutet für mehr als ein Drittel aller Betriebe der Bundesrepublik Deutschland entfallen die Glöckskontrollen. Meine Damen, meine Herren, das kann man schon auch mal anerkennen. Auch das hätten wir gerne schon früher machen können. Wir machen das jetzt. Und weil Sie gesagt haben, ich höre ja immer aufmerksam zu, wenn die Opposition redet, weil Sie gesagt haben, das mit den 4% Flächenstilllegung, also Glöds 8, das hätte ich ja jetzt nur gemacht, weil es Brüssel quasi mir ermöglicht hätte. Letztes Jahr habe ich es aber auch schon gemacht, da hätte ich es nicht machen müssen. Also Sie sehen doch daran, dass ich doch genau den Ergebnissen der gemeinsamen Agrarpolitik, wie wir es in der ZKL gemacht haben, verpflichtet bin. Dass ich nämlich weggehe von verbindlichen Regelungen in Richtung Angebote, sodass sich Artenschutz rechnet. Und auch da komme ich nicht mit leeren Händen. Sie wissen, wir müssen das Thema Wettbewerbsfähigkeit und Schutz von Artenvielfalt zusammenbringen, nicht länger als Gegensatz betrachten. Und darum auch hier eine gute Nachricht. Wir werden das Budget für die Öko-Regelungen erhöhen, und zwar ohne Abstriche bei der Einkommensgrundunterstützung. Und weil selbst Fachpolitiker nicht immer auf der Höhe der Zeit sind, Öko-Regelungen gelten übrigens für alle Betriebe, ob konventionell oder bio, muss man auch vielleicht erklären. Also wer freiwillig mehr für Umwelt und für Artenschutz leistet, merkt es künftig auf seinem Konto. Gute Regelung, es hilft Ökonomie und Ökologie, und so muss doch gute Politik sein. Das heißt, durch diese zwei neuen Öko-Regelungen profitieren gerade die Milchviehbetriebe, die großen Verlierer, der GAP besitzt. Wir fördern den Schutz der Artenvielfalt, gerade weil Artenvielfaltsflächen durch Platz 8 künftig entfallen. Damit gestalten wir schon jetzt den Weg, den uns die ZKL für eine zukunftsfähige GAP aufgezeichnet hat. Bestehende Öko-Regelungen haben wir übrigens spürbar entbürokratisiert, damit die Prämien einfacher gestaltet werden. Denn, ich sage es auch ganz offen, darauf sind die Landwirte gekommen. Ich habe, wie Sie wissen, ein Dialognetzwerk, mit dem lasse ich mich regelmäßig beraten. Und ich nutze hier gern die Gelegenheit, Danke zu sagen an die Landwirte, die in meinem Dialognetzwerk sind. Die haben das vorgeschlagen, die haben gesagt, özte mir, das, was sie da gemacht haben, ist gut. Aber das hat so nicht funktioniert, das muss angepasst werden. Und auch da komme ich mit einem Ergebnis. Das Ergebnis ist, dass die Öko-Regelungen deutlich stärker nachgefragt werden wie im Vorjahr. Das zeigt auch da, wirtschaftliche Planungssicherheit und Umweltschutz können sehr gut Hand in Hand gehen, wenn man sich der Politik guter Kompromisse verpflichtet fühlt. Meine Damen, meine Herren, ich komme zum Schluss mit Blick auf die Uhr. Herr Minister, ich habe die Uhr angehalten, gerade. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der Unionsfraktion? Gerne. Herr Minister, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Sie sprechen ja immer wieder vom großen Entlastungspaket. Darf ich daran erinnern, dass vor wenigen Monaten hier über 30.000 Landwirte gestanden haben, in erster Linie demonstriert haben, weil man ihnen 450 Millionen Euro genommen hat. Jetzt zugegebenermaßen geben Sie ihnen einen ganz kleinen Teil zurück. Etwa 50 Millionen Euro kommen zurück. Aber ist jetzt bei der Betrachtung, bei der Bilanz, dass Sie den Bauern am Ende 400 Millionen Euro genommen haben, ist der Begriff Entlastung dann nicht irreführend? Also, geschätzter Kollege, Sie haben auf die Demonstration hingewiesen, Sie haben sicherlich mitbekommen, ich war auf diesen Demonstrationen, ich war bei vielen dieser Demonstrationen. Ich habe mich dem gestellt, ich habe zugehört, es gehört sich so in der Demokratie. Und ich habe dann eben auch geantwortet. Und ich habe da ein paar Sachen versprochen, das, was ich heute erzähle, ist die Umsetzung dieser Versprechen. Das heißt, ich komme ja nicht mit leeren Händen, geschätzter Kollege. Und so viel Fairness kann, glaube ich, sein, Sie kommen ja aus dem schönen Niedersachsen. Ihr Bundesland ist eines der Profiteure, beispielsweise mit Schleswig-Holstein, für das, was wir für die Milchbauern machen. Die waren ja die großen Verlierer, ich habe es da vorher gesagt, bei dem, was die alte Bundesregierung bei der GAP auf den Weg gebracht hat. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie kritisieren mich und kritisieren uns weiterhin. Aber ich fasse mal das zusammen, was die Union sagt. Die Unionsposition läuft doch immer darauf hinaus. Diese Bundesregierung, in dem Fall der Landwirtschaftsminister, ist nicht schnell genug im Abräumen dessen, was sie über viele Jahre in Politik gemacht haben. Das ist doch Ihre Position, oder? Das ist doch das, was Sie mir sagen, Herr Schlegelmann. Ich fasse mal zusammen. Sie sagen, höfst in mir, du musst schneller sein, du musst energischer sein im Abräumen dessen, was wir 16 Jahre gemacht haben. Okay, ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das. Sie haben auch Recht. Sie haben Recht. Man müsste mehr machen. Das ist halt nicht so einfach. Wir haben eine Koalition, wir haben die Bundesländer, wir haben Brüssel. Aber jetzt mache ich Ihnen ein Angebot. Kritisieren Sie mich weiter, aber helfen Sie gleichzeitig mit, dass das, was Sie als Ziel formulieren, dass wir das gemeinsam hinkriegen, ich wiederhole mich. Nicht mit 51 Prozent gegen 49 Prozent. Lassen Sie uns so denken, wie deutsche Landwirte denken. Sie denken in Generationen. Sie denken nicht in Vierjahreszyklen oder Fünfjahreszyklen. Das kann die Bundesregierung nicht alleine machen. Wir haben es heute beim Düngegesetz gesehen. Ich habe übrigens das Angebot gemacht, dass die Stickstoffverordnung, dass sie weg kann, die Stickstoffbilanz, dass sie weg kann. Das wäre ein massiver Entbürokratisierungsvorschlag. Ihre Länder haben das leider verhindert, dass wir Entbürokratisierung bekommen. Warum? Weil sie Parteipolitik wichtiger nehmen als die Interessen des Landes. Mein Angebot, helfen Sie uns gemeinsam für das Wohl der deutschen Landwirte. Zum Schluss. Diese Bundesregierung hat sich ja heute auf den Haushalt geeinigt. Das will ich hier auch nochmals sagen. Mein Haushalt bleibt stabil, trotz der Sparvorgaben. Es geht weiterhin unverändert Geld in die Weiterentwicklung der Tierhaltung. Keine Abstriche bei der GAK. Das ist angesichts dieser Haushaltslage ein Riesenerfolg. Keine Kürzungen bei der Agrarsozialpolitik. Ländliche Räume und Landwirtschaft haben weiterhin eine hohe Bedeutung für diese Regierung. Danke an die Koalitionsfraktionen. Danke auch an das Finanzministerium.